Aber ich habe noch einen Schuss, okay. Oh nein, nein, nein. Dieser Schuss muss sitzen, Leute. Okay, er ist hier. Okay, ich weiß zwar nicht wirklich, was ich machen soll, aber irgendwie habe ich Lust, ein Fortnite-Video aufzunehmen. Ja, ich glaube, das wäre... Warum machst du das mit mir? Nur weil ich eine Nintendo-Konsole bin, heißt es nicht, dass du nicht mit mir spielen kannst. Schau mich nicht so an. Wenn das so weitergeht, fange ich an zu streiken und dann bekommst du mich gar nicht mehr an. Irgendwie abgefahren, dass meine eigene Konsole zu mir spricht. Ich sage dir mal, was abgefahren ist und das bist du. Du gehst mir ganz schön auf die Nerven mit deiner Playstation 4. Ja, heil, sei die Playstation 4 oder was? Und was ist mit mir? Ich kann nicht verstehen. Und scheint bin ich ihm nicht schön genug wie die PS4. Okay, auf dir spiele ich nicht, weil du Batterien für deinen Controller brauchst. Ich meine, wer hat bitte Lust, immer wieder Batterien für seinen Controller zu kaufen? Niemands. Du kannst dich gerne wieder melden, wenn man dich auch mit dem Kabel aufladen kann. Ich hasse nicht, aber da muss ich dir trotzdem recht geben. Wir haben 2018 und du hast immer noch Batterien betriebene Controller. Ihr seid so gemeint zu mir. Ich werde mich abschalten, weil es einfach keinen Sinn macht. Wie könnte ich mir das noch antun? Was haben wir nur getan? Es kann jetzt Wochen dauern, dass es sich wieder einschaltet. Ja, okay, vielleicht haben wir etwas überzieben, aber der ist doch echt peinlich. Bist du mir eigentlich immer noch böse, dass ich lieber auf der Playstation 4 spiele, als auf dir? Ja, natürlich, du brauchst jetzt eine Woche nicht mit mir zu reden. Wir hören uns, Arschloch. Wie habe ich es nur geschafft, meine Konsolen so anzupissen? Ich sollte lieber zocken und an was anderes denken. Also Leute, mein Name ist Nadie Jester und willkommen zu meinem ersten Fortnite-Video hier auf diesem Kanal. Ich habe wieder angefangen, Fortnite zu spielen und naja, der Grund ist einfach nur, weil mir Epic Games, die Entwickler von Fortnite, ein eigenes T-Shirt zugesendet haben, was wahrscheinlich viele andere auch noch bekommen haben. Aber das war so cool, dass ich mir dachte, okay, ich spiele es wieder. Da habe ich gemerkt, okay, das macht sehr viel Spaß. Und jetzt sind wir hier. Mein T-Shirt hat einen Dürrburger aus dem Rücken. Wie epic! Heute machen wir allerdings eine sehr geile Challenge. Und zwar hat sich die Challenge nur ein Haus-Challenge. Wir müssen ein Spiel gewinnen, aber dürfen nur ein einziges Haus benutzen dafür. Wir dürfen also nur ein Haus reingehen und es looten. Die anderen Häuser natürlich, wenn wir aus Versehen hier reinfallen, ist es vielleicht etwas anderes. Aber das sollte nicht passieren. Wir dürfen nicht aus Versehen in ein Haus reinfallen. Die Regeln sind simpel. Geh in ein Haus rein, in alle anderen nicht. Nicht, nicht, nicht. Das komplette Spiel entlang. Und dann gib dein Bestes und gewinne. Dann hast du die Challenge geschafft. Challenge! Akzeptiert's! Ich muss mich wahr machen, Leute. Okay, let's go, baby. Yeah! Okay, wir werden zu Soldi Springs gehen. Weil es nicht die erste Stadt ist. Oh, beim Busfahrer bedanken. Ganz wichtig, Leute. Wir gehen zu Soldi Springs und werden dort in ein Haus gehen. In mein Lieblingshaus. Und dann werden wir von da an weitermachen, Leute. Oder wir können auch zu Pleasant Park, wenn wir ganz sicher gehen wollen. Ich gehe zu Soldi Springs, hab mich entschieden. Wir sind dort. Das ist das Haus, wo ich reingehen will, Leute. Das ist auf jeden Fall das Haus. So, erste Truhe. Sehr schön. Wir haben sogar Schild bekommen. Das ist auch ebenfalls gut, Leute. Ja, hier ist noch eine zweite. Was heißt, wenn man Glück hat? In der Regel sind hier sogar fast immer. Uh, und Alter, die hat drei. Alter, schon wieder. Gute Items, oder? Ich meine, wir haben zwar keine Stufen, keine normale Waffe, aber... Wow, okay, das ist echt gut, Leute. Ich weiß gar nicht, wie ich die... Alter, Schwede. Das ist ja mal episch. Ich mache auch mal den hier, Leute. Da haben wir sogar eine Stoffflinte. Was soll ich immer weg tun? Ich glaube, ich behalte die Stiper. Oder soll ich... Ja, ich behalte die Stiper. Sowas von. Dann nehme ich das hier mit. Perfekt. Ich denke, wir sind gut dabei, Leute. Wir können rausgehen. Hey, Buddy. Nice Headshot. Das war gefährlich. Da ist jemand. Okay, warte. Ich mache mal den hier. Das ist gerade sehr blöd. Ist er da drunter gesprungen? Okay. Das ist blöd, leider. What? What? Okay, ich habe mich schon gewundert, Bro. Ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, dass du nicht sterben willst. Nope. Ah, schade. Schade, 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 Leute. Oh Gott, was tut denn da? Wo ist er? Da ist er, da ist er. Hab dich. Hab dich, Buddy. Du kannst rauskommen. Nice. Okay, wir haben ihn. Da hinten ist er. Das war ein geniauer, er war. Oh, wow. Hallo? Damn. Oh, goldene Skow und alles. Nicht schlecht. Okay, da sind mehr Leute. Alter, ist das dein Ernst? Bro. Ist das dein verdammter Ernst? Oh nein. Ich werde nicht mal zu Pleasant Park gehen. Dazu soll ich euch aber sagen, dass ich kein Pro bin in Fortnite. Ich spiele das Spiel aber nur gerne. Aber ich spiele kein Pro. Ich sehe, dass niemanden, der hier auch in die Stadt will. Was sehr merkwürdig ist. Ist echt merkwürdig, ne? Okay, lass uns rein gehen, Leute. Wenn hier keiner ist, dann haben wir Pech gehabt, Leute. Es gibt hier aber auch in der Stadt Part 2, die draußen stehen. Das ist halt das Gute. Okay, da ist aber jemand. Ich höre es gerade. Okay, okay, okay. Da ist jemand. Das ist gut zu wissen, tatsächlich. Okay. Ich würde sagen, das ist ganz in Ordnung. Ja, das würde ich sagen, Leute. So machen wir den hier. Perfekt. Ich bin zufrieden. Ich höre ihn. Ich höre ihn sowas von. War das der oder gibt es noch jemanden hier? Ich glaube, hier ist noch jemand. Nope. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, alles gut. Keine Panik, Leute. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Du hast gesagt, der Panik gibt es doch zu. Gib zu, dass du gepanikt hast. Ist okay, ist okay. Ich würde auch paniken an deiner Stelle. Mal schauen, ob es klappt, Leute. Pass auf, Leute. So. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ich war nicht im Haus, Leute. Mir kann keiner sagen, dass ich im Haus war. Du kannst ja nicht sagen, dass ich im Haus war. Ich war nicht im Haus. Da ist jemand. Hey, Buddy. Hey, Buddy. Hör auf. Bye, bye. Hört auf mit diesen blöden Tricks an mir. Wirklich. Hört auf damit. Das ist echt erbärmlich so. Ich weiß nicht, aber... Mache ich sowas bei euch? Ab und zu ja, aber nicht immer. Problem, ich habe kaum Leben verloren. Und ich habe ein Chak-Chak. Die Frage ist, was mache ich jetzt? Und der Sturm ist an einer anderen Stelle gerade. Okay. Das ist sehr interessant. Machen wir den einfach, Leute. Sind da die Letzten oder wie sieht es aus? Und lass mal sehen, wo wir Gegner finden, ne? Da ist ein Gegner auf jeden Fall. Okay, jetzt leben wir noch zwei mehr, ne? Ich hoffe, wenn ich vergesse, Leute. Und ich glaube, der hat eine Cyper. Okay. Der ist gar nicht so ungefährlich. Nein, nein, nein. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Geh hoch. Genau. Ne, pack das hier in. Aber ich habe noch einen Schuss, okay. Oh nein, nein, nein. Dieser Schuss muss sitzen, Leute. Okay, er ist hier. Nein. Oh mein Gott. Ich habe aus Versehen beendet. Danke, Busfahrer. Ich war nicht sehr zu schätzen, dass du uns fährst. Soll ich bring, let's go. Boah, wieso sind hier so viele Leute? Ist das ein Scherz? Das muss ein Scherz sein, Leute. Das muss ein Scherz sein, oder? So was von ein Scherz sein. Oh nein. Geh mir das. Oh wow. Ich will da nicht rausgehen, Leute. Wenn ich da mal rausgehe. Ja, platziert jetzt mal alle Pfeilen überall. Okay. Ja, jetzt kann ich nicht mehr rein. So, lass ihn uns töten. Die Waffe ist halt normal nicht eine Waffe für sowas, ne? Hier ist noch eine Truhe, aber ich kann die leider nicht holen. Okay, Buddies. Hat der Typen eine Pfeile platziert? Scheint ja. Alter, jetzt habe ich gar keine Munition mehr. Das heißt, wir müssen ihn mit einer Spitzacke besiegen, Leute. Das ging nicht anders. Das ging nicht anders, Leute. Das ging einfach nicht anders. Gib mir das ja. Und gib mir das ja. Nimm das schnell. Beilig, beilig, beilig. Heilig. Wir sind gut dabei, wir sind gut dabei. Easy peasy game. Nee, tatsächlich ist sehr cool. Es gibt einen. Ich gehe diesmal zu Seulisprings. Let's go. Schon wieder eigentlich. Da ist ein Schild, ne? Perfekt, Leute. Mehr wollte ich gar nicht. Komm schon. Okay, nehme ich gerne. Schild. Hier ist ein Schild, von dem ich gesprochen habe. Kurz nach oben gehen. What? Okay. Sehr gut, Leute. Das ist ja nicht mein schönes Haus. Jump-Hands? Okay. Echt nicht schlecht, Leute. Finde ich geil. Da hinten wird geschossen. Der Typ geht raus. Wenn er sieht, okay. Der attackiert mich ja gar nicht. Also kann ich jetzt einfach rauslaufen. Hat gut geklappt, war die sehr gut. Zweite so. Wirklich perfekt. Besser geht's gar nicht. So, jetzt geht's wieder hoch. Okay, lass mal sehen. Okay, lass uns. Wir sollten da her, Leute. Mit dem Maschinengewehr. Oh mein Gott, verdammt. Weiter, 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 weiter. Nein, nein, weiter, weiter. Wir müssen weiter eliminieren, Leute. Gehen wir das hier? Kurz zum Heilen. Sehr gut. Oh Gott, was ist hier los, bitte? Was ist hier los, Leute? Okay, wisst ihr was? Ich fühle mich so, als würde ich einfach nur gesagt, dass Jumpet platzieren wollen. Und einfach nur abhauen wollen. Das war ein Fehler. Das war auch ein Fehler. Okay, wir haben beide Down bekommen. Aber ich gehe mal davon aus, hier wird noch was passieren. Aber da ist jemand. Der hat auch was, ne? Der hat ein Rakete oder so, oder? Was genau hast du, Buddy? Okay, das war gerade komisch. Keine Ahnung, was der hier hatte. Aber das war sehr merkwürdig. Habe ich schaden litten, ja, ne? Na gut. Weiter geht's, Leute. Seid ihr das Maschinenpistole? Oh, ist so viel besser, Alter. Oh Gott, warte. Habe ich noch? Ja, ich habe noch was. So. Verdammt. Nee, ich habe gar nichts mehr. Ist vorbei. Ich habe gar nichts mehr. Der Typ weiß nicht, was ich hier bin, ne? Der Typ weiß nicht, was ich hier bin, Leute, ne? Der Typ fragt sich, wo ich bin. Hey, Buddy. Tja, wo bin ich wohl? Hier bin ich. Hey, Buddy, hier. Hier bin ich. Hey. Hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich, okay? Nirgendwo anders, nur hier. Hier bin ich. Daddy ist hier. Uh, das war, okay. Total, Leute. Und das Leben noch 21, Leute. 21 nur noch, wow. Oh, das Lama, das Lama, das Lama. das finde ich sehr gut man habe ich glück er wird so ein glück leute gegeben das hallo es geht mir das geht mir das bitte was gutes vielleicht oder so nein 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 oh nein ich bin tot oh mein gott leute ihr seht was passiert leute ich werde aufgeben ich werde aufgeben ich habe ich habe es auch schon bis zum ende geschafft aber das war ganz gutes gameplay ich kann nicht mehr ich habe mehrere stunden jetzt gespielt und ich habe es nicht hinbekommen platz 1 zu werden wir werden die challenge wiederholen der zukunft aber ich werde jetzt auch das möchte ich dir das viele einfach seine schaue ich habe das ich schreibe bei der es in die kommentare und ich sehe dich im nächsten video wieder 321 bei bei danke für deine schaue des videos wenn dir das video gefallen hat würde ich mich freuen wenn du es mit einem daumen nach oben bewertest außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten videos auschecken die findest du rechts also klick einfach irgendein bild an und dann wirst du gleich hingeleitet ich bin mir sicher es gibt bestimmt irgendwas was dir gefallen wird und wenn du es nicht getan hast kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen video contents und wenn du schon abonnent bist kannst du gerne die glocke anklicken damit du immer benachrichtigt wirst wenn mein video hochkommt aber danke fürs seines schauen und wir sehen uns im nächsten video wieder